Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hescher und ich treffe mich hier mit KünstlerInnen, UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und nun zu meinem heutigen Gast. Wann bist du heute aufgestanden? Um acht. Ist es normal? Ja, mal mehr. Also ich weiß nicht, ich habe manchmal Phasen, in denen ich irgendwie ganz lange schlafe, also viel Schlaf brauche, so zehn, elf Stunden tatsächlich. Und dann gibt es Phasen, in denen ich gar nicht so viel Schlaf brauche. Und jetzt habe ich eine Zwischenphase. Eine sogenannte Zwischenphase? Ja, heute habe ich neun Stunden geschlafen, was echt ordentlich ist. Dann bin ich raus mit dem Hund. Ja. Bin so sechs, sieben Kilometer mit dem gelaufen. Machst du so Joggen mit dem Hund? Ich kann leider nicht, ich kann zurzeit gar nicht Joggen, weil mir mein Knie sofort wehtut. Ich kann einen Kilometer Joggen und dann fertig. Und dann kann ich drei Tage nicht laufen. Aber ich habe immer überall irgendwo Bewehen. Eieiei. Ja, das sind so die Spätfolgen vom Hochleistungssport in jungen Jahren, glaube ich. Also wann hast du die? Ich glaube schon immer. Also Knie weiß ich noch. Knie, da war irgendwann mal was. Ich erinnere mich, dass du das mal irgendwo erzählt hast, dass du irgendwas mit dem Knie hattest. Ich habe was mit den Knien, ich habe was mit dem Rücken, dann habe ich irgendwas mit der Hüfte, dann habe ich was mit den Füßen. Also es ist einfach, ich kenne es aber auch gar nicht anders, weil wie gesagt, wegen diesem Hochleistungssport, ich habe halt mit vier Jahren damals angefangen und dann, das ist einfach so. Der Körper innerlich ist wahrscheinlich 70, äußerlich bin ich 35 und dann, das kennt aber jeder Sportler, ist das einfach normal. Vor allem auch, wenn ich dann, ich bin gerade, habe ich wieder angefangen, mehr Sport zu machen. Ich habe heute auch schon Sport gemacht, genau. Sehr gut. Ich war, wie gesagt, mit dem Hund draußen, dann habe ich zu Hause, bin ich geradelt, ich habe so ein Bike, das ist ganz cool, so eine, so eine, habe ich so eine Session gemacht. Dieses Peloton-Ding. Genau, dieses Peloton-Bike, das ist echt geil, weil natürlich von alleine würde ich niemals irgendwie diese drei High Intense Intervallsequenzen machen. Und mir da einen abstrampeln, das kriege ich nicht hin, aber mit der Trainerin zusammen, weil da ist so, das ist ein Bike und da ist ein Bildschirm drauf und dann kannst du dich immer in Kurse rein. Also du machst den Kurs an und radelst dann zusammen mit verschiedenen Leuten weltweit online und du hast eine Trainerin, die das, den Kurs macht. Ich weiß nur, dass Jan Köppen macht das auch immer, der ist auch mal richtig. Und Jan, und ich glaube auch Joko ist auch Peloton-mäßig am Schuften. Ja, die haben so ein paar Leute ausgestattet damit. Daher kommt das. Daher kommt das, ja. Jetzt hat es sich doch direkt gelohnt. Ja, 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 das ist nett, doch. Und wie ist das für dich, wenn du beim, also wenn du so Wehwehchen hast, nervt dich das? Also bei mir ist, ich merke so, wenn ich so Kleinigkeiten habe schon, mich nervt das richtig. Also ich bin richtig, also wenn ich schon, keine Ahnung. Wie so eine Mücke nachts. Ja, es ist irgendwie, ich habe jetzt irgendwie so einen leicht, dick, also leicht angeschwollenen Finger. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, total unangenehm. Ja. Kennst du das? Natürlich. Okay. Oder wenn man, oder wenn man sich am Papier geschnitten hat, oben in der Fingerkuppe. Das merkst du ja die ganze Zeit. Es ist wirklich so eine Kleinigkeit. Ich denke dann immer an Gladiatoren oder an irgendwelche Krieger und Kämpfer und Amazonen, die dann trotzdem weitergekämpft haben mit so irgendwie angeschossen und trotzdem überlebt. Oder an Bastian Schweinsteiger, komplett blutend, noch das Finale 2010, nee, 2014, 2014 in Brasilien noch gespielt. Mit dem ganzen Blut über dem Auge und das sind so. Ich würde keine 10 Meter durchhalten. Ja, ich kriege das schon hin, weil ich das, ja, es ist ganz komisch. Manchmal bin ich dann so ein Wehwehchenhase oder wie auch immer das heißt und dann wie so eine Mimose und dann ist es egal, ob die Schulter weht und dann durchziehen. Ich habe aber gelernt, dass man schon ganz doll auf seinen Körper hören muss. Und wenn man irgendwelche Verletzungen und Schmerzen hat, dass ich direkt was dagegen tue. Ich mache mir direkt einen Salbenverband mit dem, mit der und der Salbe. Da muss auf jeden Fall die Clofinac sein, damit die Entzündung rausgenommen wird. Das mache ich mir dann drei Tage hintereinander, morgens und abends. Und dann ist es meistens weg. Oder halt eine Wärmflasche auf diese Stelle. Bei einer anderen Verletzung muss es gekühlt werden. Also ich kenne mich schon wirklich gut aus. Hast du auch so Symptome, so Stresssymptome, die sich im Körper dann so zeigen? Ja, habe ich auch. Wenn ich zu viel arbeite und zu gestresst bin, also weil ich liebe meine Arbeit. Und das ist eigentlich wirklich, ich habe das große Glück, dass ich wirklich Spaß habe bei meiner Arbeit. Aber manchmal häuft sich alles zusammen, dann verschiebt sich irgendwie ein Drehzeitraum. Dann wird der andere Drehzeitraum nach vorne geschoben. Also wo man eigentlich ja schon gelernt hat und voll gut geplant hat, dass man eben nicht in diese Kurzatmigkeit kommt. Und dann fällt irgendwie planmäßig alles ineinander und dann ist man gestresst. Oder wenn eine Produktion anstrengender ist, als man das im Vorfeld gedacht hat, dann fange ich an, mich irgendwie zu kratzen oder so. Also das ist, da merke ich so, weil meine Nerven dann so blank liegen. Oder dann tut mir Frisieren und Schminken, das hört sich jetzt sehr mädchenmäßig an. Aber man wird ja frisiert und geschminkt von Professionellen. Und dann merke ich halt, okay, jetzt das Haarekämmen, das mache ich mal lieber selber heute. Das hier ist die letzte Folge für mich vor meiner Sommerpause. Du machst weiter mit deinem Podcast, richtig? Du machst keine Pause. Ich denke gerade sehr viel an Sommerferien, weil unser Sohn jetzt in den Sommerferien ist. Und ich habe mich gefragt, wie du deine Sommerferien verbracht hast. Kannst du dich daran noch so, also war für dich Sommerferien auch dieser unendlich lange Zeitraum, Freibad, Pommes? Komplett. Komplett. Also auf jeden Fall, das war genau das Ding. Freibad, viel Freibad. Das war dann auch immer ganz komisch, weil man hat auch oft neue Freunde kennengelernt. Ja. Weil man ja dann verschieden verreist ist, wenn man verreist ist. Ich bin jetzt nicht jedes Jahr verreist. Und obwohl ich war auch öfters mal in Russland, dann in St. Petersburg während der Sommerferien bei meiner Omi, meinen Großeltern. Und da habe ich auch viele russische Freunde dann gehabt im Sommer. Man ist so frei. Man ist einfach frei. Ich musste allerdings mal ein bisschen auffassen mit dem Essen, weil ich da natürlich richtig, haut man ja schön rein, jeden Tag Eis. Pommes-Eis, ja. Ja, Pommes-Eis, das war's. Ja. Und Döner. Das hatten wir nicht. Na. Wo kommst du her? Osten. Ah. Wir hatten keinen Döner. Okay, gut. Hier in Berlin war halt der Döner überall. Das war Döner, Pommes und dann Blinschick zu Hause. Ja, man hat es sich einfach gut gehen lassen. Und wenn dann die Saison wieder angefangen hat, dann musste man sich zusammenreißen. Und dann, als man dann so cool und jugendlich war, war natürlich der Sommer in Berlin das Beste. Das war das Geilste. Was hast du angestellt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das heißt ja schon einiges. Hier wäre die erste Lüge. Nee, eben nicht. Es war echt schön. Weißt du, kannst du dich noch an so einen Ärger erinnern, den du mit deinen Eltern hattest? Sommermäßig, Berlin-mäßig, der dir einfällt? Ich habe einen Walkman geklaut. Wo? Im Freibad. Oh, böse. Siehst du? Böse. Au. Aua. Aua. Ich wollte noch was vorlegen. Wow, okay. Unangenehm auch. Sehr unangenehm. War da wenigstens gute Musik? Nee, es wurde sofort enttarnt. Nein, du wurdest erwischt. Ich wurde erwischt. Richtig Eltern mussten kommen. Richtig alles. Wie alt warst du denn? Weiß ich nicht. 23 bestimmt schon. Nein, nicht dein Ernst. Nein, nein, 14, 12, 10, irgendwie sowas. Ja, ganz unangenehm. Und ich weiß auch nicht mehr warum. Also egal. Das ist völliger Blödsinn. Aber ich weiß noch den Ärger, dass die Eltern ins Schwimmbad, ins Freibad kommen mussten. Wie peinlich. Mega schlimm. Peinlich. Nee, ich hatte immer Ärger wegen ausgehen. Ich wollte natürlich immer ausgehen. Ich wollte schon, glaube ich, ab meinem 14. Lebensjahr auf Party. Ja. Ja, ich war immer so, oh ja. Und da und mit Freunden treffen und blum, blum, blum. Und dann, ich durfte natürlich nicht so lange raus und musste mir irgendwie jede halbe Stunde total erkämpfen. Und einmal wurde ich erwischt, weil wir natürlich diese typische Story gemacht haben. Ich schlafe bei Anna, Anna schläft bei Paulina. Ja, Klassiker. Klassiker. Und dann waren wir irgendwo auf der Parkbank in Moabit am Ende. Also, und da hat meine Mutter mich irgendwie erwischt und das gab richtig Ärger. Da durfte ich erst mal einen Monat oder so nicht mehr ausgehen. Von wem hast du dein Gastgebertalent? Ich bin russisch. Das ist einfach die Mentalität. Das ist? Das ist einfach die Mentalität, ja. Man gibt das letzte Hemd dem Gast. Also man tischt alles auf. Man ist einfach sehr gastfreundlich. Ich möchte auch nach wie vor, wenn zu mir Leute nach Hause kommen, da werden die guten Gläser ausgepackt, dann wird alles schön gemacht. Und ich liebe es einfach, wenn es meinen Freunden und meinen Gästen gut bei mir geht. Ja, ich erinnere mich, wir haben uns früher sehr häufig im sogenannten Berliner Nachtleben gesehen und zusammen auch Partys gemacht und so. Und was mir total in Erinnerung geblieben ist, also auch im Nachdenken über dich ist, ist, dass du dich immer darum gesorgt hast, dass alle genügend zu trinken haben und natürlich aber auch Spaß haben. Also gar nicht, also so sehr carrying, immer gucken, man tanzt gerade nicht. Warum tanzt der nicht? Dann wird der angetanzt, dann wird der sich auch bewegt und so. Also okay, man hat so richtig so, okay, alles gleich. Aber man hat dann getanzt. Ja, hundertprozentig. Natürlich. Also völlig, vollkommen. Ja, ich kenne es ja auch nicht anders, ne, russische Geburtstage, da wird immer getanzt. Da wird getrunken, gegessen und getanzt. Dann wieder gegessen, getrunken und getanzt. Und dann wieder getrunken, 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 gegessen und getanzt. Und gibt es etwas, was man, also mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass unser Sohn wahnsinnig höflich ist und deswegen lobe ich den immer, wenn er guten Tag sagt und auf Wiedersehen sagt und bitte und danke sagt. Habt ihr das auch so gemacht? Also dass deine Eltern oder deine Großeltern immer, also wenn du, keine Ahnung, irgendwas serviert hast, das dann bestärkt? Oder ist das einfach wirklich drin? Da muss ich jetzt mal ganz kurz zurückspulen in meine Kindheit oder wie meine Mutter sagt, in meine Kinderheit. Kinderheit? Ja, in die Kinderheit. Also diese Freundlichkeit, das finde ich total toll, dass ihr euren Sohn so erzählt, weil ich finde, das fehlt echt in Deutschland. Also nicht alle. Also es gibt, man merkt, also man merkt, wenn jemand gut erzogen ist. Und wenn man das schon, wenn das schon auffällt oder ja, wenn das Positive schon auffällt, dann ist ja immer ein Defizit da. In Russland wurde man schon so erzogen, dass man immer aufsteht, wenn eine ältere Person reinkommt, damit sich die ältere Person setzen kann. Man steht immer auf, wenn eine schwangere Frau reinkommt, damit die immer sitzen kann. Man hilft jedes Mal den Leuten mit Gepäck. Also ich helfe zum Beispiel, wenn, also okay, jetzt zur Zeit fliege ich nicht so viel und reise nicht so viel. Aber sonst helfe ich immer den älteren Leuten beim Gepäck und auch im Flieger, die Koffer rauszuholen. Der Frau wird eigentlich immer geholfen, der Koffer oben reingelegt zu werden. Und das passiert eigentlich eher selten andersrum. Und ich finde, wir sind halt alle, wir sind ja alle miteinander. Wir sind ja alle irgendwie, wir leben ja alle zusammen auf diesem Planeten. und es ist so ein kleiner Egoismus entstanden. Ich glaube, noch mehr durch die ganzen Social Medias, dass jeder sein eigenes Handy hat, seinen eigenen Bildschirm. Früher hatte man zu Hause einen Computer, dann saß man irgendwie zusammen dran oder mit Freundinnen, kann ich mich erinnern. Dann saßen wir zusammen am Computer und haben alle auf einen Bildschirm geguckt. Jeder guckt ja nur noch auf seinen Bildschirm. Und das ist immer so lustig bei Fanfotos, wenn Leute mit mir auf der Straße Fotos machen dann möchte jeder mit seinem eigenen Handy ein Foto machen. Ja, dann denke ich mir, lass doch einfach mit dem einen Handy das Foto machen, weil dann machen die ja oft das Handy aus Versehen aus oder was auch immer passiert oder dann ist der falsche Filter drin. Und dann verschickt ihr euch das einfach. Diese Idee kommt ganz oft gar nicht mehr einem in den Sinn. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich mache jetzt nicht besonders häufig Selfies auf der Straße, aber interessant. Also das merkt man, die Veränderung der Gesellschaft. Oder ich frage meistens, wenn ich in einer anderen Stadt bin oder wenn ich nicht weiter weiß mit dem Weg oder irgendwas Nettes, dann frage ich immer die Leute. Ich auch, ja. Ich sitze nicht dann stundenlang vor dem Handy und suche mir das dann auf den gängigen Seiten raus. Und so, dass ich erlebe gerne. Und dann ist vielleicht auch mal eine Enttäuschung drin. Aber ich frage gerne halt Menschen. Und ich finde, wieso ich das so weit ausgeholt habe, finde ich, dass das auch zu einer Art Freundlichkeit gehört und zu einem Miteinander. Also ich wünsche mir noch ein bisschen mehr Freundlichkeit und Miteinander. Und meine Eltern, ich glaube schon, dass die mich ein bisschen gelobt haben. Allerdings ist, glaube ich, die russische Erziehung an sich, geht sie schon auch über Punishment, also über so ein bisschen eher Bestrafung und eher so ein bisschen, also jetzt im Sport, ja, ich gehe jetzt auf Sport so von wegen, ja, bist nicht gut genug oder irgendwie so, was ich total schrecklich finde und für mich da mitgenommen habe, dass ich meine Kinder auf jeden Fall, falls die irgendwas machen, nicht über diesen Weg erziehe. Ja. Aber das ist vielleicht auch eine Generationssache. Glaube ich nicht. Ich glaube, aber hier im Osten, beim Sport, war das auch so ähnlich. Das war hier, also die ganze Schulische war so, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass diese Erziehung, dass sich das, manche machen das so, also ich, bei uns, als es darum ging, dass unser Sohn, es ist immer irgendwie ein Thema, schläft der noch bei euch? Und das war, unserem Freundeskreis konntest du in zwei Teile teilen. Den einen, der gesagt hat, ist ja scheißegal, und der andere, nee, der muss auf jeden Fall, auf jeden Fall im eigenen Zimmer schlafen. Und dann gibt es natürlich auch Bücher und die, die zeigen so Tür zu und ein bisschen mit, also die gibt es immer noch, die Bücher. Mit Druck. Mit Druck. Und deswegen, und ich, also das ist ja jetzt auch, wir reden ja auch von der Berliner Blase, das heißt, dieser Druck, dieses auch Bestrafen, wenn du das nicht tust, dann darfst du heute keinen Fernseher gucken oder dann, also dieses Konzept von Androhung, das gibt es total, ich merke das immer wieder auf dem Spielplatz und überall ist das immer noch so ein, wenn du das jetzt nicht sofort machst, dann ist, also das ist natürlich was anderes wahrscheinlich als so Leistungssportdruck, aber ich, also die Sprache, die merke ich immer noch tatsächlich. In der Schule war das natürlich auch ein bisschen so, also da hat man auch dieses Konzept angewendet. Hast du daher dein Fleiß? Also ist das auch so ein, also ich empfinde dich als unfassbar fleißig. Ich empfinde mich ja als faul, als partiell, ich bin so partiell fleißig. Weißt du, was ich glaube, was das ist? Ich habe mir nämlich auch wirklich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, dass ich das früher alles machen musste und dann keinen Bock mehr darauf hatte, auf alles keinen Bock mehr hatte. Also Sport? Früher meine ich bis 14, 15, ja, musste ich die ganze Zeit, also weiß ich nicht, immer irgendwas machen und Verantwortung übernehmen und hier Leistungen bringen und so weiter und so fort und dann hatte ich gar keinen Bock mehr drauf und dann war ich auch, habe ich so ein bisschen rebelliert und war dann auch schlecht in der Schule und bin sitzen geblieben und war immer so ein bisschen, man würde sagen, ein Hallo drehen und bis ich mir dann ausgesucht habe, die Sachen zu machen, die mir gefallen, also die mir wirklich gefallen, die ich für mich entdeckt habe. Ja, und das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning für mich und dann strengt man sich natürlich für die Sachen an und dann bin ich auch schon, warte mal, ich muss mal das richtige Wort finden, ich will nicht sagen perfektionistisch, aber ich, also und dann bin ich schon anspruchsvoll, weil ich in vielen Bereichen, glaube ich, anspruchsvoll bin. Ich bin dann anspruchsvoll in der Produktion, ich bin dann anspruchsvoll in der Ausführung, in der Vorbereitung, in solchen Sachen. Oft bin ich dann aber zwischendurch, kommt mir einfach was irgendwie dazwischen, wie zum Beispiel faul sein, müde sein, voll fertig sein oder irgendwas Privates, was einen total mitnimmt, wo die ganzen Gedanken und das Herz da ist, also das kannst du ja so nicht planen und dann ist es natürlich die, ja, die große Leistung, alles, also richtiges Leben, aktives Leben, emotionales Leben, Beziehungsleben, Familienleben, Freundschaften, Me-Time, alles unter einen Hut zu bringen und das ist nicht so einfach und dabei trotzdem anspruchsvoll, im Beruf zu sein. Ja. Ja, und den Kalender sich nicht zu voll zu machen. Brauchst du aber ein Gegenüber im Sinne von Auftraggeber, um hochzukommen? Also bist du jemand, gehst du aus dem eigenen Antrieb hoch oder brauchst du eigentlich Produzenten oder einen Auftraggeber? So, 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 also weil ich eigentlich schon immer sehr viel zu tun habe, so in einem Jahr, also mein Jahr ist immer gut voll und dazwischen habe ich mir, aber mache ich mir ganz bewusst wirklich jetzt so Pausen rein, also richtig große Produktionspausen. Was heißt groß? Ja, außer, ja, schon so zwei Monate oder irgendwas sowas. Was ich halt ständig produziere, ist mein Podcast Budkinski, das ist aber für mich, ich liebe das und das macht einfach so viel Spaß, weil ich es liebe, mit Menschen zu quatschen und Sachen rauszufinden und irgendwas Neues zu erfahren, ich finde, das bereichert ja einen auch, ne, das gibt ja auch einen irgendwie, es klaut nicht Energie, sondern es gibt einem Energie, wobei ich trotzdem nach den Gesprächen, wenn ich dann runterkomme, merke, wow, konzentriert, ne, man führt das Gespräch, man hat gewisse Fragen, man will ja wohin, ist auch natürlich ein bisschen anstrengend, aber das ist geil, es macht Spaß. Die Netflix-Sendung, die ich produziert habe, Sing On, das war zum Beispiel ein krasser Ritt, da haben wir pro Tag auch so zwei Sendungen produziert im Studio in London und die wollten große Auftritte in jeder Sendung und jede Sendung hatte ein Motto, Girls' Night, Boys' Night, Summer, Rock, was hatten wir noch, Nummer 1 Hits, also, ne, so Themen und zu jeder Sendung und jedem Thema hatten wir ein Opening, also so richtig so Las Vegas-mäßig Show, wie so ein Konzert, ja, wir wollten es groß machen und da habe ich zusammen mit einem ganz tollen Choreografen, mit dem ich schon mal zusammengearbeitet habe, mit Marvin A. Smith. Wer kennt ihn nicht? Ja, der hat echt mit Beyoncé gearbeitet, mit Britney Spears gearbeitet, für Helene Fischer hat er ganz viele Shows produziert und das sind ja echt immer krasse Shows und wir haben halt zusammen diese Show, diese Openings gemacht und mit Tanzen, also viel Choreografie und das war schon nicht, das war schon nicht ohne, also das war schon gut anstrengend. Und was war die Frage? Es ging eigentlich um die, um Auftrag, also ob du einen Auftrag brauchst, um hochzukommen oder ob du quasi, wie intrinsisch das sozusagen bei dir ist. Naja, wenn ich dann den Auftrag habe, dann will ich den geil machen, wie jetzt bei dieser Show, weil das ist eine internationale Produktion gewesen und ich glaube, also wir machen Sing on Germany und es gibt auch Sing on Spanien und Amerika und da hat keiner irgendwelche Openings gemacht, die haben einfach moderiert, die haben angefangen, der Moderator, das waren alles Typen, die haben moderiert, der eine ist irgendwie Sänger, der andere Schauspieler und die haben das nicht gemacht, also man hätte das auch sein lassen können. Aber ich war jetzt natürlich so, yeah, und wenn wir das haben und boom, bam, boom, ah, uh, ah, also und es war total anstrengend und danach. Warum willst du das? Weil das Spaß macht, wenn man dann schon Entertainment macht, dann richtig, weißt du, dann füll die ganzen Farben aus, die sind ja jetzt da und danach war ich jetzt nicht unbedingt so nach dieser übelst anstrengenden Produktionsphase, es gab ja auch immer noch Proben, die ganz lange gingen, wo man ja eigentlich schon von den Proben total fertig ist, dann noch Regiebesprechungen, dann noch Skript und also es ist ja echt viel Arbeit, also danach war ich jetzt nicht so, als ich zu Hause war, oh, jetzt will ich unbedingt von alleine noch mal ein neues Projekt machen, da habe ich mich erst mal gefreut und dann zu chillen und in die Sauna zu gehen und so, was ich damit sagen will, ist, dass ich halt nicht so oft diese zeitlichen Möglichkeiten habe, glaube ich, um von alleine, aber ich denke mir schon viele Sachen auch selber aus, also auf jeden Fall, es ist irgendwie ganz komisch bei mir, ich denke mir dann was aus und denke mir eine Richtung aus, wo ich gerne hin will, was total homogen entsteht, ne? so, ich habe voll Bock zu talken mit einem Gast ohne Kamera, wie mit dem Podcast Budkinski und das ist ja jetzt auch fast zwei Jahre her, das war ja jetzt vor dem großen Podcast Boom und so weiter und so fort und dann kam Spotify auf mich zu und ich war so, hey krass, vor zwei Wochen ist mir diese Idee gekommen, also das fügt sich immer gut. Ich glaube, dass... Über Cosmic reden wir noch. Das sind einfach Sachen, ja, es passiert. Du hast, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du Barbara Schöneberger so bezeichnet hast oder sie dich, Bereicherungsmaschine. Ah ja. Und das fand ich ein total, eine wirklich unglaublich gute Berufsbezeichnung für beide eigentlich. Ich weiß nicht, hast du es ihr gesagt oder sie? Das war bei ihr im Podcast mit den Waffeln einer Frau. Super Podcast auch, ja. Ja, finde ich auch. Und da haben wir so ein bisschen, ich weiß es auch nicht mehr, aber ob das, weil wir beide halt, glaube ich, so ein bisschen dieses Bindeglied sind, also so wie so ein Schmiermittel zwischen Moderation und Entertainment und auch Spirit verteilen und irgendwie diese Laune senden und dann kamen wir auf das Bereicherungsmaschine. Bereicherungsmaschine ist also wirklich der Berufswunsch, würde ich sagen. Was war dein erster guter Moment als Bereicherungsmaschine, würdest du sagen? Ja, das fängt ja, glaube ich, schon im Privaten an, ne? Mhm. Ich glaube schon als Kind. Ich bin immer zu meinen Eltern, obwohl da war ich das Nervmaschinchen, nicht das Bereicherungsmaschine. Bin ich immer zu denen hin und ich habe mir immer irgendwelche Tänze ausgedacht oder irgendwelche Performances, ich habe immer performt. Bin ich immer zu denen hin und habe mir irgendwie einen Tanzmann wieder ausgedacht und es ging um die Anfangsposition vom Tanz und dann habe ich meinen Ellenbogen so ausgestellt und den Arm und die andere, die linke Hand so aufgespreist an den Kopf, an die Stirn und habe mich so hingestellt. Sieht aus wie Men in Monroe gerade. Ah, Diamonds are the girls best friends, so ein bisschen mit der Schulter, ja. So, du hast es, du siehst es, so. Und dann habe ich mich so hingestellt und meinte, so oder so. So, und jetzt mache ich gerade beide Hände hoch und verschränke meine Hände hinterm Kopf. Im Grunde genommen gar nicht so eine große, was ist der große Unterschied, ein Arm oben oder beide Arme oben. Für mich war das die Welt. Das war für mich so ganz wichtig, wie starte ich jetzt die Anfangshose von meinem Tanz und bin echt mit vier und fünf und sechs und dann so mit sieben und acht auch nochmal immer zu meinen Eltern und war dann immer so oder so und also auch freundemäßig und es musste immer irgendwas gemacht werden. Ja, Entertainment, wie du schon erzählt hast, bei dem Ball oder bei unserer Party Silvester. Ja. Wie hieß denn noch? Der Ball. Der Ball, ne? Der Witz war, einen Tag vor Silvester haben wir Silvester gefeiert. Das war so geil. Das war auch eine gute Idee. Das war eine super Idee. Wir waren die einzigen an dem Tag. Nein, es war voll. Nein, es war sehr voll, aber wir hatten, ich meine, es geht hier in Berlin auch immer darum, es gibt ja immer Partys, aber also vor Silvester, Silvesterfein, das hat niemand gemacht und das war gut und alle haben natürlich Bock gehabt auszugehen. Das war so geil und dann war der Druck auch schon weg. Wie du schon gesagt hast, mit diesem Animieren, ich glaube, ich bin halt so, ich bin jetzt keine nervige Animateurin in Ägypten, die irgendwie stresst und die Leute von der Liege hochzehrt, aber so ein bisschen so. Was fasziniert dich am Rampenlicht? Am Rampenlicht selber nichts. Ich mag das Rampenlicht gar nicht so gerne. Ich bin eigentlich eher schüchtern, aber ich komme in einen Konflikt mit dem, dass ich Menschen mag und dass ich mit Menschen gerne Spaß habe. Das ist eher das Ding. Also Rampenlicht selber mag ich nicht so. Ich mag es auch nicht so gerne, im Mittelpunkt zu stehen. Aber es passiert. Offensichtlich. Ja, aber ich glaube, es gibt verschiedene. Hups, hier ist ja schon wieder ein Produzent und eine Kamera und ein großes Fernsehstudio. Hups, wo kommt denn diese Choreografie her? Meine Güte. Ich glaube, es ist aber, wenn man sagt, mit dem Rampenlicht, warum liebst du das Rampenlicht? Das ist eine Frage mit der Herkunft von Profilneurose. Aber so meine ich das nicht. Es gibt viele Leute. Also ich empfinde das so mit diesem Rampenlicht. Ich finde, es gibt in der Branche so ein paar, also jetzt nicht direkt in der Branche, es gibt auch überall so gewisse Narzissten und irgendwie so ein bisschen Leute mit Profilneurosen, die einfach wirklich das Rampenlicht brauchen, die das brauchen, dass die Leute einem diese Bestätigung geben, noch weiter gesponnen und noch zugespitzter Social Media, Instagram. Und das habe ich nicht so. Also ich zeige mich manchmal schon gerne, aber es ist irgendwie anders. Ich teile Sachen einfach gerne und ich möchte dann, ich denke dann, wenn jemand gute Laune kriegt, indem er mit mir verbunden ist, egal über welchen Kanal, dann habe ich es bereitet und dann bin ich eine Bereicherungsmaschine. Soweit ich mich richtig erinnere, also das ist jetzt wirklich, wir reden hier von 1963, nein, dass du vor MTV bei einer Zigarettenmarke gearbeitet hast, irgendwie Marketing, irgendwas, ich weiß es nicht mehr, irgendwas so in der Richtung war das. Und dann hast du den, aber eigentlich, hilft mir, wenn du es erzählen willst, rechtssicheren Job gegen eigentlich wirklich sowas, naja. Ein super Job, das war damals echt der Traumjob, den wollten alle haben, das war so ein geiler Job. Was war das Malbüro? Das war das Trendmarketing für eine Tabakfirma, eine sehr große und bekannte. Und da habe ich, ich war glaube ich auch die Jüngste dann auf einmal auf diesem Job, das war immer so ein begehrter Job, das meine Vor-, also die Frau, die es vor mir gemacht hat, hat es glaube ich, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre gemacht und man hatte immer ein richtig fettes Budget von dieser Zigarettenmarke pro Monat. Und das konntest du dann verteilen unter coolen Leuten und irgendwie Partys organisieren, Get Together organisieren, geile Essen organisieren, Dinnerpartys, hattest ganz viele Zigaretten zum Verteilen, damit quasi, es ist schon echt krass, damit die coolen Leute, die Opinion Leader, ja, da musste man, also das war auch so aufgeteilt, das war schon krass, da bin ich das erste Mal mit so Marketing in Kontakt gekommen, die Opinion Leader, nicht die Early Adapter, die Opinion Leader, die Zigarettenmarke rauchen, ne, also es ist jetzt auch 15, 17, 18 Jahre her. Nein, ich bin nie, komm, zwölf, zwölf Jahre her. Ja? Und, ja, zwölf, ja, ja, zwölf, weil ich bin ja jetzt dieses Jahr elf Jahre bei Film und Fernsehen und davor habe ich es noch direkt gemacht. Ah, okay. Und da habe ich ja studiert noch. Ja, das weiß ich, Literatur und Geschichte. Genau. Und dann kam dieser Job und ich habe ein super geiles Gehalt bekommen. Genau, und das daran erinnert, genau, das super Job, eigentlich, das will man unbedingt machen, alles safe und dann kommt aber das zwielichtige Fernsehen, gibt weniger. Viel weniger, viel weniger, so einmal die Woche warst du dann so Vorhang auf und zu und sprichst eine Werbung rein, also kündigst die Werbung an. Ja? Ja, ja. Aber warum bist du da, also warum hast du diesen total angenehmen Job mit der Zigarettenwerbung, ähm, also Tabak und so weiter, gegen das zwielichtige Fernsehen, vermeintlich zwielichtige Fernsehen, äh, warum hast du diesen Wechsel gemacht? Was hat dich interessiert? Meine Intuition, hast du mir gesagt. Ich war total, äh, also ich, es war echt eine harte Zeit, ich musste wirklich viel darüber nachdenken, weil ich hätte, wie gesagt, der Job war super, ganz viel Geld bekommen, die Arbeit hat mir Spaß gemacht, einen Firmenwagen, Tankkarte, Handyrechnung übernommen, Internet, Spesen, also so, besser geht's nicht, du kannst es dir nicht besser ausdenken, ja. Und dann kommt halt MTV und ich hab mir, zwei Wochen hab ich hin und her überlegt, weil die Tabakmarke wollte nämlich nicht, dass ich dann halt auch MTV mache. Mhm. Und dann war ich so, okay, nee, dann, ich muss auf meine innere Stimme hören und auf mein Bauchgefühl. Ja, und dann hab ich gedacht, dann probier ich's mal. Weil wenn nicht, ich war 21 oder 20, ich weiß nicht mehr, 21, glaub ich, und die haben mich genommen auf so einen Job und hab ich gedacht, gut, ich hab anscheinend irgendwie Talent für sowas, wenn das nicht klappt, dann mach ich einfach bei irgendeiner anderen Firma das Gleiche, wenn das mit MTV nicht klappt. Und kannst du, also du, wenn dieses Hin und Her zwei Wochen ging, was war am Ende das Entscheidende, was du gesagt hast, okay, das, also was hat dich dann... Mein Gefühl, es war einfach nur das Gefühl, Kopf aus und in den Bauch rein spüren. Und wo hab ich mehr Schmetterlinge? Ah, okay. Oh, okay. Und gibt es... Und ich fand auch, dass das alles so mit so einem Druck war dann in der Firma, als ich dann gesagt hab, ich will vielleicht was anderes machen. Also, ich fand's auch doof, dass die gesagt haben, nee, du darfst nicht beides machen, weil zeitlich wär's sich total ausgegangen. Und da hat die junge Frau Wuschinski gesagt, na... Nö, dann probier ich mal das mit dem Fernsehen. Haben auch alle gesagt, ich bin total irre und was für ein Idiot und bla bla bla, spinnst so und nö, 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 so ein Job. Na, ich so, nee, ist okay. Ich glaub, die haben's auch nicht erwartet, dass ich nein sage. Und das kannst du auch gut ausblenden im Sinne von, okay, mir sagt vielleicht mein ganzes Umfeld, bist du verrückt und aber mein Bauch sagt, ich tue es? Ja, das ist das Wichtigste, weil das ist ja mein Leben. Das ist ja mein Leben und das ist mein Spirit und das bin ich und ich weiß am allerbesten, was für mich gut ist. Das Ganze passiert natürlich mit meiner Entscheidung und ich bin jetzt nicht, also im Wohle aller, ich gehe jetzt nicht irgendwie ellenbogenmäßig gegen irgendwas vor und ich merke auch dann schnell genug, wenn irgendwas nicht klappt. Das, da musste ich aber auch hin, ne, wenn mich mein Bauch dahin gezogen hat, da musste ich auch hin, um irgendwie eine Erfahrung zu machen und eine Lektion zu lernen. Das gibt's auch. Ist nicht immer alles top. Du hast einen Mini-Nebensatz auch in diesem Barbara-Schöneberger-Podcast gesagt, ich lese es mal kurz ab, ich war so traurig am Anfang, ich war auch so traurig am Anfang meiner Karriere. Und das war so ein kleiner Nebensatz und dann war das wieder weg. Und das war genau in diesem, also es ging um den Anfang. Warum warst du traurig am Anfang? Weil ich eine junge Frau war in einem sehr männlichen Umfeld und Männer dazu neigen, vor allem die alten Chefs in so alteingesessenen Firmen dazu neigen, alles besser zu wissen und dann sich aber nicht wirklich um den Nachwuchs zu kümmern und einen ins kalte Wasser werfen und dich nimmt keiner an die Hand und bringt dir nichts bei und du bist auf einmal in einer Live-Show und bist so voll verloren und hast keinen Boden unter den Füßen, weiß nicht, worauf es ankommt. Alle sind damit beschäftigt, die Show zu machen und ihr eigenes Ding zu machen. Und dann hätte ich, da hätte ich mir schon, also wir hatten, ich muss an dieser Stelle sagen, wir hatten zwar eine super Janine, wir hatten so einen Moderationscoach, die hatten wir irgendwie einmal im Monat oder so oder alle zwei Wochen. Und das war ganz gut mit ihr, aber ich glaube, es wäre total toll gewesen. Also und meine Freunde waren auch für mich da, muss ich auch noch sagen. Aber es wäre schön gewesen, wenn ich noch mehr moralische Unterstützung irgendwie bekommen hätte am Anfang. Also es hat sich dann natürlich später alles verändert, als ich dann mein Feld gefunden habe und es mir gesucht habe, was ich glaube ich im Nachhinein dazu sagen kann, ist, es ist total wichtig, selbst eine Idee von sich selbst zu haben. Das wird kein anderer für dich machen. Und wenn es ein anderer für dich macht, dann ist es meistens nicht wahrhaftig und hundertprozentig, weil jeder was anderes in einem sieht, außer wenn du selbst dich nicht siehst. Und deswegen war es gut, dass ich traurig war, weil es mich dazu gebracht hat, dass ich noch viel intensiver mich damit beschäftigt habe und mir die Fragen gestellt habe, was möchte ich wirklich machen. Und wie sah das Bereicherungsmaschinenbild von dir selber aus beruflich? Also was hast du damals gedacht, was das mal werden könnte? Ich habe, ich wusste einfach, ich mag Film total gerne. Ich möchte gerne einen Film mitspielen. Ich hatte nämlich eigentlich vor MTV schon bei dem Film Männerherzen mitgespielt, so eine kleine Rolle. Das war natürlich, das war irgendwie, hat sich alles überschnitten damals in der Zeit. Und ich wusste, dass ich auf jeden Fall nicht so nervös in einer Show mich befinden möchte und die Werbung ansage. Das war so, das fand ich total... unwürdig. Also es war okay, weil ich es auch am Anfang wirklich, war ich sehr unsicher vor der Kamera. Und dann habe ich aber selbst geprobt und geübt und Sachen für mich so ausprobiert für mich zu Hause. Also, ah, naja, also, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ob ich jemanden brauche oder selber Sachen mache. Also es ist eine Mischung. Also ich mache auch selber Sachen. Und das hat mir total geholfen. Und das war, ich hatte aber nicht irgendwie schon ein fertiges Berufsbild mir aufgeschrieben. Das nicht. Ich wusste nur ein bisschen die Bereiche. Und ich wusste ganz genau, was ich nicht will. Also, könntest du sagen, was auf der, das will ich nicht, Liste drauf stand? Ja, ich möchte einfach... Ja, ich möchte nicht unter meinen Wert gesehen werden. Und dafür musst du ja erstmal deinen Wert kennen. Also Wert im Sinne von, was kann ich und wo kann ich mich verbessern? Was kann ich besser machen? In mir selber, ne? Wo habe ich noch Unsicherheiten und sowas? Und da auch wieder dieses Eigenbild und Fremdbild ist das... Also ich habe jetzt davor Sascha Lobo hier interviewt. Und der sagte, er braucht eigentlich... Er guckt sich seine Sachen oder hört sich seine Sachen nie an. Aber er nimmt immer sozusagen die Kommentare, das Feedback von außen. Und da baut er sich sozusagen seinen Feedback-Mechanismus. Wie hast du das gemacht? Wahrscheinlich anders. Du hast zumindest direkt so geguckt. Auf keinen Fall so. Nee, weil das ist ja... Also es ist auch, wenn es für ihn funktioniert, super. Jeder hat sein eigenes System. Jeder funktioniert anders. Deswegen. Also bei mir würde das so nicht funktionieren. Wobei ich schon auch gucke, was mir meine Zuhörer und Zuschauer schreiben. Vieles kannst du einfach direkt in die Tonne kloppen und nicht ernst nehmen. Du dumme Kuh oder irgendwie solche Sachen. Mein Gott. Ja. Whatever. Aber sonst geben die mir eigentlich schon... Also es ist schön zu sehen, dass das, was ich mache, dass das auch so ankommt bei den Frauen. Meistens bei den Frauen. Ja. Bei Männern auch. Es gibt auch wirklich tolles Feedback auch von Männern. Also es ist gemischt. Und ich habe das am Anfang so gemacht, dass ich mir über meine Schamgrenze gesprungen bin und mir meine Sachen angeschaut habe. Und mir das echt sehr weh getan hat, wie ich da... Weil man selber ist ja auch total kritisch mit sich. Und bis ich mich daran gewöhnt habe, mich anzugucken, wie ich aussehe von außen. Weil meistens kennt man ja nur eine Perspektive von sich und zwar die, die du im Spiegel siehst. Du kennst ja noch nicht mal die Perspektive von der Seite, von hinten und solche Sachen. Oh mein Gott, wie sehe ich denn von der Seite aus? Oh Gott, was ist denn meine Haltung? Damit musst du ja erstmal irgendwie klarkommen mit so einer extremen Selbstreflexion. Aber das hast du genau gemacht. Das habe ich gemacht. Und das war wirklich ein Trauen wahrscheinlich. Hä? Das ist wirklich ein Trauen, glaube ich, oder? Also dieses ein Trauen, ein sich wirklich... Ein Trauen, ein Trauen. Ein sich Trauen. Ja, ein sich Trauen, ja. Zu sagen, so jetzt gucke ich mir das an und ich gucke das mit einem kritischen Blick an, den man ja sowieso schon hat wahrscheinlich. Mhm, mhm, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich verbessern? Ich möchte mich einfach ein bisschen wohler fühlen. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich mich wohler fühlen, ne? Und so. Und dann? Und dann habe ich es gemacht. Und dann bin ich da durch. Es ist, glaube ich, aber, weißt du, dadurch, dass ich halt mit dieser Gymnastik und mit so einem Sport schon, seitdem ich vier war, noch in der Sowjetunion angefangen habe und schon immer eine russische Trainerin hatte, was halt echt nochmal ein Härtegrad höher ist, Sport funktioniert so. Du schaust dir deine Fehler an, du schaust dir deine Übungen an, du gehst an diese Sachen, an die du verbessern musst. Okay, ich habe keine Kraft, ich mache halt, ich muss dann anscheinend noch mehr Krafttraining machen, bin aber super beweglich, das ist ja wenigstens gut, okay, schön, da haben wir mal was. Oder zum Gerätetraining, ich musste jeden Tag hundertmal mit rechts den Ball werfen, hundertfünfzigmal mit links den Ball werfen, weil ich Rechtshänderin bin und links halt nicht so gut geworfen und gefangen habe. Also solche Sachen haben mir, glaube ich, einfach gut getan und was gebracht. Aber in dem Bereich dann der Selbstreflexion dann doch eher wirklich selbst, also selbst sich hinsetzen, angucken und merken, okay, das ist noch nicht so geil, das dann eben nicht vom Außen zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir dann mal vorspulen, nämlich 2020, ist das, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wann wir uns, ich habe das auch überlegt, wann wir uns letztes Mal, ich glaube so vor drei Jahren gefühlt, ich weiß es aber wirklich, also weil wir, ich gehe nicht mehr aus, also ich wüsste nicht, ich erinnere mich irgendwie an die Torstraße, dass wir uns da mal mit meiner Frau irgendwie so gesehen haben, aber mehr, also weiß ich nicht und dann zu den Hartmanns haben wir ein kurzes so ein GIF-Interview miteinander gemacht. Stimmt, stimmt, in dem Hotel da. Genau, das könnte so die letzte Sache gewesen sein und was für mich so von der Außenwelt dies Jahr jetzt auch ist, es ist wirklich ein, es ist so, meine Güte, das ist also so, Sky is the Limit, also wie groß das geworden ist, wo du überall mitspielst, wie die Wahrnehmung deiner Person ist, die ist ja nicht mehr sozusagen, Paulina Rins Schatz gibt ein Sekt aus, sondern das ist, es ist was anderes, ja, also so ein Größenbekanntheitsgrad mäßig und ich glaube, also, Klaas hat das sehr schön gesagt, finde ich, es gibt eigentlich sowas, wie dich gibt es eigentlich nicht so einen Star, also ein deutscher weiblicher Star. Und was mich total in der Vorbereitung überrascht hat, ist ein Satz aus dem Tagesspiegel in diesem Jahr und da sagst du, ich muss leider sagen, ich werde immer noch sehr oft unterschätzt. Und da habe ich gedacht, hä, wie, also, hä, wie geht das zusammen? Kannst du nachvollziehen, dass ich das nicht verstehe? Also das Gefühl, also mein Gefühl ist, ähm, äh, äh, Star und das, äh, das ist der Blick von außen und der eigene Blick ist, ich werde unterschätzt. Und, und dann bleibe ich so, okay, we have to talk about that. Ja, es kommt drauf an, welche, in welchen Bereichen, ne, in welche Bereiche man geht. Die äußere Wahrnehmung ist ja alles super, Gott sei Dank, ne, scheint ja dann die Arbeit Sinn zu machen. Die Arbeit macht Sinn, also nach außen, also das, das kann ich so. Ja, aber weißt du, hinter den Kulissen ist dann halt oft, dass man, hä, so, ha, 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 dass man dann manchmal denkt, oh, komm, Leute, weiß ich nicht, also vor allem, ich würde es aber vielleicht ein bisschen genauer sagen. Bitte. Dass es nicht unbedingt eine Unterschätzung ist, sondern manchmal, weißt du, vielleicht, geht es einfach darum, dass ich einfach weiß, wie man jedes Mal bei jedem Projekt, bei jedem Film, bei jeder Sendung, bei allem, allen immer dahin kommt zum Endresultat. Und dadurch, dass ich ein einfach so gutes Backstage kenne und den ganzen Hintergrund, ist es dann irgendwie, ja, man sieht einfach die Realität. Und du meinst mit dem Unterschätzen, dass du, dass dieser erfahrene oder geschulte Blick, den du hast, dass der unterschätzt wird, meinst du das damit? Ja, das ist auch oft so, ne, und dass man halt eine Frau ist, ist es tatsächlich immer nach so eine Frau und dann irgendwie gerne eine Schlangenhose trägt, ne, dann denken die Leute. Ein Schlangenprint. Ein Schlangenprint, weil man halt gerne irgendwie auf coole Klamotten steht und irgendwie sich auch gerne mal hübsch macht und Lippenstifte mag und gewisse Sachen und Haare sich irgendwie besonders stylt. Das wird manchmal in bestimmten Instanzen als lapidar wahrgenommen. Als wenn man das, wenn man sich in dem Bereich auskennt, dann kennt man sich im anderen Bereich nicht aus. Und das ist die Unterschätzung, die ich meine, weil, nee, im Gegenteil, ich kenne mich auch in dem anderen Bereich aus. Und macht das mit dir, dass du das beweisen willst, dass du dagegen ankämpfen willst, dass du zeigen, also es gibt ja, keine Ahnung, manchmal will man ja zeigen, dass man eigentlich mehr drauf hat, als man jetzt angenommen hat. Auf der anderen Seite ist es manchmal natürlich auch einfacher, weil dann muss man nicht so viel machen. Meine Mutter sagt immer, dumm gestellt reicht für das ganze Leben. Einmal dumm gestellt reicht für das ganze Leben. Wow, ist das schlau. Das ist, weil ich mir mal gedacht habe, es wäre so geil, einfach dumm und reich zu sein. Weil dann würde man nicht die ganze Zeit leiden und denken, scheiße, es läuft alles schief auf dieser Welt. Ja, weil es würde dann einem gut gehen und dann hat man ja auch Geld und es ist fertig. Es kommt natürlich nicht im geringsten meinen Lebensansprüchen irgendwie nah. Auch meinen nicht und auch meiner Mutter nicht. Ich möchte einfach, dass es sich ein bisschen ändert in der Gesellschaft, auch bei den Leuten nicht nur draußen, sondern auch die in gewissen Positionen sitzen. Und das hat sich schon geändert. Also ich muss sagen, zum Beispiel Netflix und so, das ist echt, das ist ein richtig modernes, also wie die denken, wie die da, die Strukturen sind, ist irgendwie geil. Also das ist richtig fresh, was die sich alles ausdenken. Und bei Spotify auch, da sitzen halt einfach jüngere Leute drin, die irgendwie viel näher am Zeitgeistgefühl dran sind oder jünger auch vom Gedankengut, also jetzt nicht unbedingt vom Alter, aber die sind irgendwie fresher und lockerer und wissen, wie der Lifestyle einfach ist, wie ein gewisser Lifestyle ist. Du weißt, was ich meine. Und ich habe gedacht, ich möchte auch, weißt du, so eine gewisse militante Haltung und das Ganze, das bringt ja nichts. Das macht mir nur Ärger, weil ich mich ja dann ärgere im Militant sein, ärgerst du dich ja meistens. Und das entspricht einfach nicht meinem Naturell. Also das einzige Aktive, was ich dann mache, ist, trotzdem meine Qualität und meine Kompetenz zu haben und durchzuziehen, egal was, und das ein bisschen an mir abprellen zu lassen und aber gleichzeitig auch mal was sagen, damit sich einfach mal langfristig was ändert. Gibt es etwas, was du im Kopf hast, was du erreichen möchtest, aber noch nicht erreicht hast? Also wir haben erst gesprochen von dem Bild als Anfang 20-Jährige, wo es um dieses, das möchte ich, das möchte ich nicht. Na, ich denke, das nächste wird sein, dass ich dann meine eigene Familie gründe. Darauf habe ich total Lust und gleichzeitig aber trotzdem meinen Beruf weitermache, was für mich eigentlich in meiner Idee ganz normal und homogen mitwächst, so wie man älter wird und es sich entwickelt. Und ich dann go with the flow, dann auch schaue, wie das dann in echt sein wird. Und ich möchte total gerne einen eigenen Film oder eine eigene Serie machen, irgendwie sowas. Darauf habe ich total Lust. Also wo du Regie führst? Genau, wo ich das Buch schreibe und Regie führe zusammen, also wo ich noch viel mehr involviert bin. Weil ich finde, oft sind die Frauenrollen einfach gerade im Film, also vor allem in deutschen Produktionen, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber oft sind die Frauen so, wie ich die nicht kenne. Oft sind die Rollen so, wie ich die Frauen einfach nicht kenne. Ich kenne so eine Frau nicht. Aber gleichzeitig bist du ja mit den Rollen, die du spielst, unglaublich erfolgreich. Ja, mit den Rollen, die sind ja auch alle gut. Die sind ja auch super, da gucke ich ja auch genau, was ich annehme und was ich nicht annehme. Woher kommt die Lust? Also das haben ganz, ganz viele. Also da reden wir von Klaas oder reden wir aber auch von Matthias Schweighöfer, von all den Erfolgreichen, die so in dem gleichen Alter sind wie du, die dann sagen, ich will das alles selber machen. Ich will selber den Film, die Regie. Man hat so das Gefühl, die komplette Kontrolle, dass diese Menschen die Kontrolle haben wollen. Ja, ich möchte, weil man halt oft einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat, also wirklich. Und weil man, ich möchte aber nicht die totale Kontrolle haben, ich möchte einfach nur am Entstehungsprozess teilhaben. Und ein bisschen mehr das reale Leben aus meinem Freundeskreis, von meinen Freundinnen und von den Frauen, die ich kenne. Und ich bin schon eine sehr große Frauenversteherin. Das möchte ich auch einfach real abbilden. Und ich finde, das fehlt nach wie vor im Mainstream. Das gibt es ab und an. Annika Decker kriegt das gut hin. Da haben wir auch einen Film zusammen gemacht, Traumfrauen. Und es gibt immer wieder vereinzelt, aber das ist so selten. Und ich möchte das einfach auch, diese Bewegung mit unterstützen. Und darum geht es mir. Und gibt es von dir so ein eigenes Bild von einer 50-jährigen Frau oder 60-jährigen Frau, wo du denkst, das hätte ich gern? Ja, ja, also so bis 60 bin ich, glaube ich, noch nicht gegangen. Also 50, ich kenne ja auch ein paar jetzt, die fast 50 sind, auch aus meinen Freundeskreisen. Weil ich früher halt, und nach wie vor, ich habe viele Freunde, die sind 10, 11, 12, 13 Jahre älter als ich. Ich habe auch Freunde, die sind 10 Jahre jünger als ich. Und da ist das 50 gar nicht so weit entfernt. Und wie viele DJs sind zum Beispiel 50 und irgendwie noch unterwegs und cool. Und ich möchte, oder auch so Hip-Hop-Leute, das ist ja jetzt die Generation, die jetzt an die 50 bald kratzt und trotzdem irgendwie noch fresh ist. Ich weiß zwar nicht genau, wie es denen innerlich geht, ob die ihre Midlife-Crisis haben oder nicht. Das kann ich nicht sagen. So nach außen hin guckt das jetzt nicht unbedingt so. Ich denke, für mich möchte ich auf jeden Fall, ich bin eine russische Frau, ich möchte sehr gut aussehen. Also das ist mir schon wichtig, dass ich mich pflege, aber das mache ich eh. Also ich glaube, das ist etwas, worauf ich Acht gebe. Meine Mama ist 60, die sieht super aus. Also in Würde altern. Ich möchte in Würde altern und weiterhin auf mich Acht geben und entspannt sein mit Familie und schönen Urlauben und einfach das Leben genießen und weiterhin arbeiten, aber auch. Kennst du das Gefühl der körperlichen Unzulänglichkeit im Sinne von, ich fühle mich zu dick, ich fühle mich nicht schön genug, ich fühle mich, also etwas, was ich von meiner Frau kenne, was ich aber kaum von Männern kenne. Also so manchmal. Ja, ein Mann fühlt sich mit seinem Bierbauch und seiner Glatze auch wohl. Ja, irgendwie ganz. Ich kenne das natürlich. Ich glaube, jede Frau kennt das. Das ist leider, ja, naja, weil geschichtlich gesehen hat die Rolle der Frau in unserem Zeitalter nicht so viele Rollen gehabt. Also es gab einfach nicht so viele Frauenrollen. Es gab halt irgendwie die Nonne, die Nutte und die Ehefrau. So, drei feste Frauenbilder. Die fromme Nonne, dann die so und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir Frauen uns aber in den letzten 100 Jahren ja total, also nicht nur ich glaube, sondern wir Frauen haben uns in den letzten 100 Jahren ja ein bisschen mehr total emanzipiert. Wenn man sich vorstellt, noch in den 70ern, ja, muss so der Mann die Erlaubnis der Frau geben, ob sie arbeiten darf oder nicht, solche Dinge. Und das sind alles ganz frische Veränderungen in der Gesellschaft. Die sind noch nicht so vertieft. Und diese ganzen Rollen gibt es noch nicht so lange. Und es schwingt immer noch mit unterschwellig in der Gesellschaft, dass eine Frau top aussehen muss. Und diese Vorbilder sind sehr gesetzt, wie sie auszusehen hat. Gesetzt durch die Werbung, durch die Filmbranche, durch diese Vorbilder, die wir die ganze Zeit sehen. Ja, nochmal von Land zu Land verschieden. Also da gibt es ja auch so viele Studien dazu, dass zum Beispiel in Afrika in so einem bestimmten, ich weiß nicht mehr in welchem, ob das in Namibia war oder im Kongo, ich weiß es nicht mehr. Der am Anfang, da war eine Hungersnot und dann war das Schönheitsideal der Frau völlig, richtig schön, völlig, weil das natürlich den Wohlstand symbolisiert und die Fruchtbarkeit und das Ganze. Und dann sind diese Männer irgendwann ausgewandert. Man hat so eine längerfristige Studie gemacht, ja, aus diesem Land. Dann sind die Männer ausgewandert nach, ich weiß nicht mehr, ich glaube, United Kingdom und haben dann, über die Jahre hinweg, hat sich deren Schönheitsideal natürlich total verändert und die Frau musste, das Idealbild einer Frau ist immer schlanker und schlanker geworden. Also da hängen ja so viele soziale Studien mit unter, wie die Frau auszusehen hat. Und was momentan passiert, was total geil ist, ist halt der große Hashtag Body Positivity, dass halt, dass man eben zu seinem Körper steht. Lizzo, die Rapperin, ich liebe die, also die ist so geil. Die ist einfach so geil, was die immer postet, das ist der Hammer, ich liebe sie. Also immer, die ist ja sehr übergewichtig und die zelebriert ihren Körper und zieht sich eigentlich, würde man ja in der Gesellschaft sagen, nicht ihrem Körper bei uns sprechend an. Aber die ist so natürlich, wenn ich mich als Frau fühle, fühle und fülle, dann ziehe ich das erst recht an. Und das ist aber alles so frisch. Das sind so frische Veränderungen und die sind jetzt erst bei den Frauen angekommen, ganz wenig bei den Männern, aber auch, also dieses ganze Kritische, das ist, also sich gegenseitig kritisieren bei Frauen und man hat so auszusehen und die Männer geben vor, wie man auszusehen hat und so weiter und so fort. Das ist halt leider sehr, also auf der einen Seite verändert sich das gerade und löst sich ein bisschen auf und die echte Frau kommt zum Vorschein, damit sie sich fühlt, ja, also so, stopp, und die echte Frau kommt zum Vorschein, so wie sie sich fühlt. Auf der anderen Seite passieren aber gleichzeitig mit dem ganzen Social Media und Instagram ja eine schon fast Roboto, also nee, nicht Robotoisierung, er hat, es ist ein sehr extremes Schönheitsideal gleichzeitig. Und das ist für uns Frauen psychologisch alles sehr schwer zu tragen, weißt du, einerseits werden wir, kriegen wir das an der Zunge, dass wir so und so auszusehen haben, wenn wir so und so nicht aussehen, kriegen wir natürlich irgendwie total Minderwertigkeitskomplexe, dann fühlen wir uns unwohl und so weiter und so fort. Gleichzeitig kommt Gott sei Dank diese Body Positivity. Andere, also da gibt es aber den Parallelstrang von wegen, jetzt muss die Nase klein sein, die Augen groß, die Lippen groß, der Arsch, also es ist sehr schwer. Wie schützt du dich davor, also jetzt mal so ganz, also diesen, dass du dich nicht schlecht fühlst, weil du erkennst, keine Ahnung, hier habe ich eine Zellulite oder irgend sowas. Das ist einfach so, es ist einfach so, das versuche ich mir dann, wenn ich was Neues entdecke, denke ich mir, ja, wir Frauen haben weicheres Bindegewebe, weil sich unser Körper auch für für die Babys ein bisschen ziehen muss. Das Gewebe muss ja weich werden, damit wir unsere, diese Körperveränderungen überhaupt schaffen. Das ist so. Okay, ich habe mir jetzt aber auch was gegen Zellulitis gekauft, weil ich gedacht habe, okay, man kann es ja auch ein bisschen vorbeugen, dass ich jetzt nicht komplett wie eine Mondlandschaft aussehe. Wäre dann aber auch, müsste ich auch einfach akzeptieren und damit lernen, umzugehen. Was ich meine, also ich denke, es gibt, wir altern eh, wir verändern uns eh, aber wir können ein bisschen auf unsere Gesundheit achten, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Wenn wir immer wieder eine gute Entgiftungskur machen und uns einfach gesund fühlen und auf uns aufpassen, weil wenn ich meine, so mit meinem Essen wieder bewusst bin und aufpasse, dann verliere ich auch diese tatsächlich überschüssigen Funde, was Ablagerungen sind, was Gifte sind, die gehen dann weg und dann fühle ich mich viel besser, ich bin viel leichter, wie ich mich fühle und das ist auch gut. Also ich gehe dann eher über den Gesundheitsaspekt an meine Schönheit ran, ja, an die Tempelflege und die Tempelflege ist in dem Fall mein Körper. Wenn das jeder für sich, glaube ich, machen könnte, dann wäre das auf jeden Fall für die Psychologie und alles viel gesünder. Ich als Mann bin dann manchmal in einer, jetzt geht es in die Ratgeber-Ecke, Achtung, ich weiß manchmal nicht, was ich da machen soll an so einer Stelle, im Zweifel sehe ich es nicht, Kompliment machen manchmal auch schwierig, geht das, du bist eine schöne Frau, kann man das als Mann so sagen, ist das nicht sofort komisch, aber es hat ja ein Minderwertigkeitskomplex, was eine Frau da hat an der Stelle und ich als Typ durch viele Diskussionen der letzten Jahre bin an mancher Stelle so, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Kannst du das nachvollziehen? Ich verstehe nicht, ja. Es ist auch zur Zeit ein bisschen schwierig, weil es kann ja alles, es ist einfach aber generell, glaube ich, der Zeit ist, dass man schon gar nicht mehr weiß, was man sagen soll, wenn du damit nicht diskriminierst mit deiner Aussage und ob du da nicht in ein komisches Klimafettnäpfchen trittst oder was auch immer, also es ist jetzt gerade, alle Themen sind super sensibel. Ich denke, wir haben ein Problem, was wir bewältigen sollten und uns darüber Gedanken machen sollten zum Thema, was ist männlich, was ist weiblich. Ich denke, es gibt gewisse Identitätskrisen und ich finde schöne Komplimente sehr angenehm. Auch egal von welchem Geschlecht. Ja, weil ich glaube, es geht ja auch um die Temperatur, mit der du das Kompliment sagst und wie du das sendest. Und wenn du es schön sagst, du bist eine wirklich schöne Frau, ganz ohne irgendwie, wie heißt das, ganz ohne Eigen. Ja, einfach so. Einfach so. Du bist einfach eine schöne Frau. Ich bin sehr glücklich verheiratet, was auch immer. Aber hey, du bist einfach eine schöne Frau und ein angenehmer Mensch. Schön. Oder das sieht toll aus. Oder irgendwie so. Ich finde schon, dass man das machen kann. Weil ich mache das auch. Du kannst das auch, also das ist mir auch schon aufgefallen, dass du das total gut kannst. Aber deswegen habe ich auch erst so dieses Gastfreundschaft und jemandem ein gutes Gefühl geben. Da bist du einfach absolut Weltmeisterin, würde ich sagen. Ich mag Menschen, weißt du. Und ich sehe immer gerne das Schöne in Menschen. Und dann freue ich mich darüber. Und dann kann ich, bin dann so ein Plappermaul. Ich kann dann auch gar nicht innehalten. Weil mein Herz dann auf der Zunge liegt. Und dann will ich das sagen. Denke, oh, das ist ein schönes T-Shirt. Steht dir gut. Und was sagst du als, was gibst du mir als Tipp dafür, wenn eine Frau dir sagt, ich habe zugenommen. Oder ich fühle mich zu dick. Oder ich habe hier dies und das. Und dann gibt es den ehrlichen Matze, der denkt, ja, das stimmt. Ist mir auch, habe ich gesehen. Oder ja, jetzt wo du es sagst, ist mir auch aufgefallen. Habe ich neulich wirklich gehabt, die Situation. Und ich habe dann in dem Moment auch wirklich gesagt, ja, stimmt. Und sie war enttäuscht. Das hat ja meistens einen Grund, warum man zunimmt. Und manche Leute nehmen zu, weil die gestresst sind, ja. Dann kann man, also ich denke, alles, es sind ja, es ist ja so, gerade das mit dem Gewicht ist ja ein Ergebnis von gewissen Sachen. Und dann, wenn man da irgendwie sagt, ja, stimmt, wieso denn? Hast du irgendwas? Oder. Das ist ein cooler Punkt. Ja, irgendwas kann ich dir vielleicht irgendwie helfen, ey, oder ist es ein bisschen schwer zeitlich, das alles einzuordnen. Und ich finde zum Beispiel wirklich Ernährung und Alltag ist nicht so leicht, ne. Ich möchte mich am liebsten zu ganz festen Uhrzeiten ernähren, ne, mit gewissen guten veganen Produkten, was mir aber nicht immer gelingt, ja. Was einfach das Angebot ja auch nicht oft einem mitgibt. Und dann schafft man nicht, sich was vorzukochen und mitzunehmen und so weiter und so fort. Das ist ja ein Riesenthema, ne. Und dann kannst du sagen, ja, ja, ist mir aufgefallen. Und sag mal, wieso ist da irgendwas? Ja, aber vielleicht sollten wir, ich habe auch schon überlegt, auf dem Büro mal vielleicht Mittagspause kochen zusammen. Dann könnten wir ein bisschen mehr auf unsere Ernährung achten. Einfach zusammen. Ja. Aber das mit der Rückfrage, das ist ein guter, also, weil das doof fühlt sich ja immer an, wenn man sagt, nee, nee, ist mir nicht aufgefallen. Ist ja eine Lüge. Genau, und das ist ja auch irgendwie auch Quatsch. Aber die Rückfrage, das ist ein… Aber halt nett, ne. Also, das ist schon menschlich, also menschlich handausstreckend. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier weitermache. Wir haben es ja erst schon gehabt, diesen Nachtleben, als wir uns früher häufiger gesehen haben. Und mir ist es einmal auch aufgefallen, da hast du aufgelegt, auf, ich weiß nicht, welchem Festivus war. Und ich habe dann gemerkt, mein Alterssacktum, ich kannte ganz viele Sachen, die du gespielt hast, nicht mehr. Also, ich dachte so, okay, ich bin okay. Okay, und was ich immer wieder, dass ich auch in deinem Podcast sich durchziehe, du bist auf dem Zeitgeist, sitzt du oben drauf. Ja. Also, also, du bist, du hast, kriegst mit, was gerade für Musik ist, du weißt genau im richtigen Moment, es hatten wir erst schon so einen Podcast, da warst du auch, da warst du eher da, als alle anderen. Also, du hast so, und musikalisch, du weißt einfach jetzt, das ist das jetzt und das muss man spielen und die Leute, alle drehen durch und ich denke, ich kenne das alles nicht mehr, scheiße. Warum interessierst du dich, warum ist dir das so wichtig? Also, was gibt dir diese, also diese Teil der Jetzt-Zeit zu sein? Kannst du nachvollziehen, dass ich das so empfinde? Oder ist das… Ich glaube, ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ja. Es ist auch so, glaube ich. Also, nicht mehr in allen Bereichen so doll. Mhm. Aber, ja, doch, ich weiß nicht, ich bin immer… Du weißt, was einfach los ist. Weißt du, ich beobachte immer viel, ohne zu beobachten, ich kriege einfach extrem viel mit. Ich bin einfach so, wie so ein Fischnetz, weißt du? Das ist so, mein Bewusstsein ist einfach, ich habe immer offene Augen und Ohren und stehe auf Musik und stehe auf Mode und gewisse Sachen, die… Das ist ja immer eine Entwicklung, ne? Man entwickelt sich ja immer weiter und das sind immer bei mir, ich weiß nicht, ich bin dann in diesem Strom und ich entwickle mich weiter und dann kommt natürlich total homogen aus dem einen, kommt dann das andere und das ist so, irgendwie entwickelt es sich und ich bin dann immer so dabei. Ich weiß nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir die zehn Releases der Woche immer anschaue. Es kommt einfach… Ich kriege auch voll vieles nicht mit, ne? Also, ich kriege dann auch musikalisch, finde ich das gerade eh zurzeit, die Veränderung schon krass, wie schnelllebig die Songs geworden sind, dass die gefühlt nur noch zwei, drei Wochen aktuell sind und dann kommt schon ein neuer Song. Das finde ich krass. Also, ich habe dann schon immer noch meine… ich versuche mir immer so meine Playlists zu machen, auch mit aktuellen Songs und so weiter und so fort. Aber vieles kriege ich da zum Beispiel auch, das ist nicht mehr möglich. Ist es für dich der Drang der Weiterentwicklung, der dich auch dabei hält? Also, das hatten wir erst schon so ein bisschen… also, ich habe mich auch gefragt, warum sozusagen von Moderatorin zu Schauspielerin, DJ, all diese Sachen und… aber es hat ja immer was mit einer Weiterentwicklung zu tun und nicht sagen, ich will jetzt einfach hier meinen Film da mitspielen, sondern ich will dann irgendwie… ich will auch definieren, was da gespielt wird und also so… und Zeitgeist hat ja auch immer was mit einer Weiterentwicklung zu tun. Es geht ja immer, immer, immer weiter und es ist immer… es ist nicht so ein… Gewichte heben, 50, 100, 150, also… da wollen wir jetzt nicht weniger machen. Ist das so ein… Antrieb? Würde ich nicht sagen, weil… auch mein Beruf zum Beispiel, meine Berufe sind ja immer wieder der gemeinsame Nenner bin ich und das ist so einfach Entertainment und das fächert sich einfach bei mir, dieses Entertainment. Ich möchte auch nicht nur Schauspielerin sein, da wird zu viel Schrott gedreht. Gar keinen Bock, das irgendwie zu drehen, ne? Also… oder auch wie viele Schrott-Sendungen es gibt, ja, die ich, okay, vielleicht manchmal schauen will, aber das will ich doch nicht moderieren, also, ne, sowas… ist jetzt nicht abwertend gemeint, ne, aber man… also es ist mein Leben und ich suche mir das so ein bisschen aus und hab mich da mit Fleiß, vielleicht doch mit ein bisschen Fleiß… Vielleicht doch. Vielleicht doch mit ein bisschen Fleiß und Schweiß hingearbeitet und ich wähle einfach… ich wähle einfach… und das ist es, glaube ich, dass man für sich auswählt. Aber mit welchen… also wenn wir dieses… ich bin ja quasi von der Popkultur dranbleiben, weitermachen… Aber wieso denn dran… also ich bleib noch nicht mal dran. Ne, ne, ich weiß, du bist bei dir völlig natürlich. Weil dieses dranbleiben, das ist ja was Ungechilltes, weil das würde ich mich, da müsste ich mich ja dranbleiben, da müsste ich mich ja festkrallen und das ist ja gar nicht… Das machst du gar nicht. Das mache ich gar nicht, das passiert irgendwie, weil es mich interessiert und dann denke ich mir, oh, mich interessiert dann ein Thema, dann fuchse ich mich so ein bisschen in das Thema rein und weil es mich interessiert und gehe dann halt weiter und dann öffne ich noch ein Fenster im Laptop und noch ein und dann irgendwie so, dass das… wie so eine Pflanze, die halt einfach gegossen wird und Licht kriegt, dann wächst die ja auch. So ist es, glaube ich. Und hat die ein Ziel, diese Pflanze? Das ist eine gute Frage. Die kann ich dir einfach nicht beantworten. Ne, ne, hat sie nicht. Scheiße. Die Pflanze hat kein Ziel und weil wir beim Pflanzenbild sind, was braucht diese Pflanze, um zu wachsen? Also die… Dünger. Ja, das ist ein bisschen… Wasser und Sonne. So, wir reden jetzt aber von der Pflanze, der besonderen Pflanze, Palina Roszynski. Was braucht die, um zu wachsen? Spaß und Neugier und Liebe. Also das mache ich immer alles, was ich da mache aus Liebe und merke dann, wenn ich irgendwie… ich merke relativ schnell, wenn etwas nicht mehr dient und passt. Das heißt nicht, dass mal etwas schief läuft in einem Projekt oder nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Das sind dann einfach irgendwelche Hindernisse, die kann man umgehen, aber wenn ich dann merke, oh, das ist jetzt die Zeit dessen, ist jetzt vielleicht vorbei, da bin ich immer sehr… meine Antennen empfangen und senden immer ganz gut, dann denke ich, okay, nö, dann muss ich das wohl beenden. Bestimmst du gern? Naja, wer lässt sich denn gerne überraschen von Enttäuschungen? Das war, der hatte so richtig schön den russischen Akzent jetzt dabei. Ja, das heißt nicht, also… Nee, bestimmen mag ich nicht so gern, ich lasse mich immer gerne überraschen, ich lasse mich wo hinfahre, dann mache ich mir keinen Plan. Das ist, glaube ich, das kann man ein bisschen übertragen. Den einzigen Plan, den ich mache, ich will ein gutes Hotel. Gut heißt, gute Betten, gute Kissen, ich gucke immer, also ich rufe sogar, ich rufe immer an im Hotel und frage, ob die King Size Betten, denn zwei Matratzen sind so der eine Matratze. Ich mag es nicht so gerne, diesen Spalt zu haben. Manchmal nehme ich dann so eine Auflage mit oder so. Manchmal nehme ich eine Matratze mit, dachte ich, oder? So ein Rucksack. Ja, das ist, sie ist ein bisschen komisch, die hat immer eine eigene Matratze dabei. Ja, für den guten Schlaf. Ich war aber auch zum Beispiel in Kolumbien und habe da Backpacken gemacht, ja. Da war mir schon klar, dass die Hotels, in denen ich bin, nicht gute Matratzen haben, aber das weiß ich, das habe ich mir dann so ausgesucht. Und dann lasse ich mich davon überraschen. Und wenn man bestimmt, dann fallen ja total viele Überraschungen weg. Ja. So. Im Berufsleben, wenn ich mir dann aber ein Projekt ausgedacht habe, also nicht ausgedacht oder das halt mache, dann möchte ich natürlich da auch einen gewissen Mitwirkungsbeitrag haben. So. Ich würde mal langsam zum Ende kommen, du hast kleine Augen gerade. Ja, jetzt gerade. Ich würde jetzt noch drei schnelle Fragen fürs Ende stellen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Meinen Schlafrhythmus und einen sehr gesunden Lebensstil konstant zu halten. Also mein Schlafrhythmus, also dass ich wirklich viel früher ins Bett gehe und früher aufstehe und trotzdem auf meine Stunden Schlaf komme. Welches Buch? Und früher Abendessen. Wann? Ich will jetzt so echt so 18 Uhr Abendessen. Welches Buch sollte man unbedingt gelesen haben? Oh Gott, mein Bücherschrank vor mir. Ich stelle ihn gerade vor mich. Ich finde das Geheimnis des Herzmagneten super von Rainer. Wie hieß er denn nochmal? Das Geheimnis des Herzmagneten. Das ist ein schönes Buch. Kannst du sagen, worum es da geht? Es geht darum, für sich seine richtige Liebe zu finden und einfach in einer guten Schwingung für sich die Liebe zu finden. Und jetzt die letzte Frage ist immer die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand für dich am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welches Wort oder welcher Satz von dir dort für eine Woche für alle BerlinerInnen zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben? Macht das Beste draus, Symbole aller? Ja, das kann man doch da gut draufschreiben. Ja, würde ich sagen. Den nehmen wir. Geil. Ich mache jetzt mal eine Sommerpause. Wo geht es denn hin? Ich bleibe in Berlin natürlich. Genießt du den Sommer? Ja, das ist ja total, also wenn man jetzt wegfährt, ist man ja verrückt. Ich bleibe auch erstmal hier. Und was machst du jetzt als nächstes? Ich zeichne eine nächste Podcast-Folge auf. Jetzt? Nee, heute nicht. Aber heute mache ich was ganz, ganz Weltliches, Pragmatisches. Ich tausche heute meine Regale in meinem Schrank aus. Und zwar tausche ich die Schuhregale, die so schief im Schrank sind, aus. Ich war gestern beim großen Möbelhändler und habe mir jetzt so Schiebeböden gekauft und mache da jetzt meinen Schmuck rein. Weil ich nämlich, warte, weil ich nämlich ganz viele Schuhe aussortiert habe und ein ganzer Schuhschrank leer geworden ist. Ich habe natürlich nach wie vor ein paar Schuhschränke, aber ich habe mir gedacht, ich kann auch ein bisschen weniger Schuhe haben. Und somit ein bisschen mehr Platz in meinem Ankleidezimmer. Das ist doch, das ist doch eine schöne Nachmittagsbeschäftigung, würde ich sagen. Schön, dass du vorbeigekommst und schön, dass wir unseren Helden gesehen haben und nicht in der Nacht. Ja, Matze, das war ganz toll mit dir. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge vor meiner kleinen, verdienten Sommerpause auch gut gefallen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass Paulina da war, dass wir es endlich geschafft haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns irgendwann nochmal hier im Hotel Matze treffen und noch ein bisschen weiterreden. Es hat auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Themen gegeben, die wir hätten besprechen können. Aber wir sind jetzt beide müde gewesen und beide sommerreif. Und deswegen fürs Erste freue ich mich sehr, dass sie da waren. Vielen herzlichen Dank für den Support an Kia, an Motel One und an Heinig, für die redaktionelle Unterstützung, wie immer an Anne Hofmann und für die Musik, an Jan Köppen und an euch natürlich, dass wir hier das erste, sag ich jetzt mal, sehr, 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 sehr verrückte Halbjahr so gut überstanden haben. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mir vertraut, dass ihr auch unbekanntere Gäste so fleißig hört, dass ihr mir schreibt, dass ihr das alles hier teilt und mit Freunden abonniert und dabei bleibt, kommentiert und so weiter. Also das ist wirklich großartig und es hat mir auf jeden Fall dieses sehr, sehr windige erste Halbjahr vereinfacht. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Wie gesagt, ich gehe jetzt ins Freibad oder irgendwo anders hin, das werden wir mal sehen. Ende August geht es hier schon weiter. Dann kommt auch mein erstes Buch raus. Ich habe es schon am Anfang erzählt. Die Schule meines Lebens. Da könnt ihr jetzt einfach mal Ecosia aufmachen und ein bisschen googeln. Ich erzähle euch ein andermal ein bisschen mehr. Und ganz, ganz magisch fängt, während ich im Urlaub bin, ein neuer Podcast mit mir an. Wie das geht, das ist Magie, pure Magie. Ihr habt vielleicht mitbekommen, während sich Hotel Matze in Hotel Quarantäne verwandelt hat, habe ich besonders häufig mit Sibylle Berg gesprochen. Es hat sich so eine kleine Podcast-Freundschaft ergeben, könnte man sagen. Und unsere kleine Podcast-Freundschaft ist jetzt eine WG geworden und die sendet ab jetzt regelmäßig. Alle zwei Wochen machen wir jetzt gemeinsam einen Podcast. Und die erste Folge gibt es am 2. August bei Podimo und überall da, wo es Podcast gibt, könnt ihr reinhören. Wir haben noch keinen richtigen Namen. Jetzt stand 26. Juli, wissen wir nicht genau, wie wir den Podcast nennen. Irgendwas mit WG, vielleicht irgendwas mit unserem Namen. Wir wissen es noch nicht, aber wenn ihr mir oder Sibylle auf Instagram folgt, dann werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Hört da unbedingt mal rein, wenn es den Podcast dann gibt. Wie gesagt, bei Podimo und überall da, wo es Podcast gibt. Und ich gehe jetzt aber erstmal raus in die Sonne und mache ein bisschen Pause. Wir hören uns hier wieder Ende August. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Vielen herzlichen Dank für alles. Euer Matze. Tschüss. 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 Vielen Dank.